Dieser Mann hier ist self-made Milliardär. Er hat aus dem Nichts ein Imperium geschaffen, ist früher fast mal pleite gegangen, zählt heute aber zu den führenden Geschäftsmännern in Deutschland. Womit er so erfolgreich wurde und was ein Auto und auch ein Beifahrersitz mit der ganzen Geschichte zu tun haben, das sehen Sie jetzt. Er ist die Nummer 1161 auf der Ford-List der reichsten Menschen weltweit. Er ist der Chef von mehr als 1400 Geschäften. In Deutschland hat er über 30 Millionen potenzielle Kunden. Thorsten Töller. Der Park ist quasi sein Homeoffice. Er macht sein Geld mit Hundeleinen, Katzenspielzeug und Nagerhäuschen. Mit allem, was den Tierfreund glücklich macht. Vom Grundsatz her war natürlich nicht abzusehen, dass daraus mal so ein großes Unternehmen werden könnte. Also nicht mit fast 1400 Läden. Sondern die Vision war damals, ein paar eigene Fachmärkte für Tiernahrung und Zubehör zu machen. Töller hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Mit Erfolg. Er macht mehrere Milliarden Umsatz im Jahr und sein Unternehmen ist Marktführer in Deutschland. Seine Kunden sind anspruchsvoll. Was er verkauft, muss Tier wie Mensch gefallen und schmecken. Selbst im Park tüftelt er an neuen Ideen. Manchmal trifft man die richtigen Entscheidungen, manchmal die falschen. Aber Erfolg, Wachstum und mit Menschen arbeiten macht mir unglaublich viel Spaß. Und von da war es nie ein Ziel, der Größte zu werden oder x Milliarden Umsatz zu machen. Sondern es war immer irgendwo eine ganz andere Motivation, mit Menschen gemeinsam was zu bewegen und Erfolg zu haben. Fast 900 Filialen besitzt das Unternehmen allein in Deutschland. Neben Futter und Einstreu sind vor allem individuelle Zubehörartikel wie spezielle Halsbänder wichtig. Den größten Anteil der Kunden machen die 12,9 Millionen Katzen aus. Gefolgt von 7,9 Millionen Hunden. Kein Wunder also, dass diese Bereiche besonders groß sind. Einer der entscheidenden Faktoren für den Erfolg von Fressnapf ist aber ein anderer. Es ist ein Franchise-Unternehmen. Der große Konzern kümmert sich um Werbung und Ware. Die Märkte sind für den Umgang mit den Kunden verantwortlich und finanzieren sich selbst. Einen Teil des Umsatzes zahlen die Märkte als Gebühr an die Zentrale zurück. So konnte Thorsten Töller schon früh ohne eigenes Kapital wachsen. Die Franchise-Partner haben gerade am Anfang schon viele Anfangsfehler weggebügelt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Vorteil, wenn ein Franchise-Partner in so einem Laden steht, der regional verwurzelt ist, dann ist es schon so, dass der besonders gutes Geschäft macht, dass der eine besondere Kundenbindung hat, dass der natürlich besonders motiviert ist, wenn es sein eigener Laden ist. Los geht alles in Erkelenz, Nordrhein-Westfalen, vor 27 Jahren. Das Geld für den Start leiht er sich von seiner Familie und einer Bank. Als er dann fast pleite geht, verkauft er sogar seinen geliebten BMW. Er setzt alles auf eine Karte, senkt die Preise und hat Glück. Mittlerweile ist Töller Herr über 1400 Filialen in Deutschland und 10 anderen Ländern. Vor allem in Osteuropa wächst das Geschäft stark. Günstige Preise sollen eben Kunden anlocken. Die Fachdiscounter befinden sich meist in Gewerbegebieten mit ausreichend Parkplätzen. Hunde verboten gilt hier nicht. Die Vierbeiner dürfen mit in den Markt. Deshalb sind auch die Gänge zwischen den Regalen besonders breit. Frische Produkte kommen zweimal die Woche rein. Für Marktleiter Thomas Berlin und seine Kollegen bedeutet das Anpacken. Und zwar schnell. Also Vorbereitung, Verkaufsfähigkeit, das heißt schauen, dass alle Preise dran sind, dass die Ware aufgefüllt ist, die vielleicht am Samstag noch nicht aufgefüllt worden ist. Und schauen, dass einfach alles sauber und ordentlich ist, damit, wenn die Kunden kommen, auch eine vernünftige Optik im Markt vorfinden. Wenn wir ein Einkaufserlebnis vermitteln, soll ja Spaß machen. Zum Konzept gehören deshalb auch Arztpraxen und Hundesalons in größeren Märkten. Einfach nur simple Regale hinstellen, damit hebt man sich nicht von der Konkurrenz ab. Tatsächlich haben viele Haustierbesitzer ihren Stammladen, in den sie immer einkaufen. Das Unternehmen schafft es offenbar gut, Kunden an sich zu binden. Das unterscheidet sie von Bekleidungs- oder Supermarktketten mit einer wechselhaften Kundschaft. Marktleiter Thomas Berlin kann daher sehr genau auf die Wünsche reagieren. Und daraus ergibt sich eine weitere, wichtige Strategie. Sie kennen das selber, wenn Sie einkaufen gehen, dann haben Sie eine Idee im Kopf. Aber mit dem, was Sie dann wirklich nachher alles brauchen, was sich noch vielleicht drum herum strickt. Wenn Sie eine Hose kaufen zum Beispiel, dass noch ein Gürtel dazukommt. Oder wenn Sie Schuhe kaufen, dass noch Schuhcreme dazugehört. Das sind so Aspekte, die natürlich dann in der Beratung mit rübergebracht werden müssen. Bei uns ist es genauso. Der Kunde kauft ein Hauptprodukt. Und in einem Beratungsgespräch ergibt sich dann, was er vielleicht unter Umständen noch benötigt. Allerdings sollen nur sinnvolle Produkte verkauft werden. Das Unternehmen hat als einziges in der Branche eigene Tierärzte, um genau das zu kontrollieren. Olaf Türk und seine Kollegen fahren täglich in die Märkte, um die Tiere zu überprüfen und die Mitarbeiter zu schulen. Denn Organisationen wie PETA und Co. beobachten den Fachmarkt sehr genau. Schlechtes Futter oder eine unangemessene Haltung kann sich niemand erlauben. Trotzdem sind auch Lebendtiere im Sortiment. Ist das nur eine Masche, um noch mehr Kunden in den Markt zu locken? Tierverkauf in der Regel, wenn Sie das wirklich rechnen auf den reinen Tierverkauf, ist es für uns ein Zuschussgeschäft. Das heißt also, der Profit am Tier steht bei uns in keinster Weise im Mittelpunkt. Wir haben eine andere Philosophie. Wir möchten gerne dem Menschen das Tier nahe bringen. Aber das in einer für das Tier und für den Menschen schönen Situation und nicht um jeden Preis. Das eigene Personal ist extrem wichtig. Es ist geschult, um passende Produkte zu empfehlen. Der Kunde kann noch im Laden ein neues Accessoire direkt an seinem Vierbeiner testen. Genau das ist der Vorteil der Heimtierkette gegenüber der Online-Konkurrenz. Sie verkauft durch diese Beratung auch Artikel, die vielleicht nicht auf dem Einkaufszettel stehen. Und macht so natürlich auch mehr Umsatz. Damit das Angebot nie ausgeht, steht am Firmensitz in Krefeld Europas größter Katzenstreuhaufen. Alle Waren werden in diesem Logistikcenter gebündelt. 365 Tage im Jahr ist hier Betrieb. Auf elf Fußballfeldern türmen sich Kratzbäume, Futtersorten und Aquarien. Von hier aus versorgt Logistikchef Christian Buschmann ganz Europa. Allein dieser Bereich wird dreimal am Tag aufgefüllt und abtransportiert. Gibt es denn auch eine entspannte Phase im Jahr? Bei dem Expansionskurs ist es so, dass wir ständig mit irgendwelchen Neueröffnungen oder Erweiterungen oder sonstigen Sonderaktionen uns beschäftigen müssen. Und eine wirklich ruhige Phase gibt es bei uns im Unternehmen schon lange nicht mehr. Die Filialdichte steigt. 100 Märkte kommen jedes Jahr neu dazu. Und auch das Online-Geschäft wird größer. Um den steigenden Bedarf weiterhin zu decken, muss die Logistik sich anpassen. Ein vollautomatisches System mit Robotern soll in Zukunft vor allem die häufig gefragten Produkte heraussuchen. Denn am Ende ist auch in der Heimtierbranche Tempo notwendig. Wer rund 25% des Umsatzes erzielt, der mit Vierbeinern in Deutschland gemacht wird, der kann auch die besten Preise bei den Produzenten heraushandeln. Und mit Eigenmarken lassen sich noch größere Gewinne erzielen. Doch in den letzten Jahren macht Thorsten Töllers Unternehmen vor allem mit Premiumprodukten steigende Gewinne. Die Preisspanne reicht von 35 Cent bis zu 2,79 Euro pro Dose Hundefutter. Der Kunde legt viel, viel, viel mehr Wert heute auf eine vernünftige Beratung. Er legt viel, viel mehr Wert auf tolle Sortimente, auf beste Qualitäten. Und das hat eben auch was mit dieser gestiegenen Wertschätzung rund ums Tier zu tun. Trends, die es auch bei Menschennahrung gibt, wie Bionahrung oder glutenfreie Ware, sind auch hier längst angekommen. Wenn die eigenen Tierärzte es positiv bewerten, kommt sowas auch ins Regal. Wir haben entschieden, dass wir nur die Produkte nehmen, die sinnvoll sind. Ich sag mal ein Beispiel, wir haben irgendwann mal ein Oktoberfestbier für Hunde mitgehabt, weil es einfach ein Gag war. Hat sich auch verkauft, war aber ernährungsphysiologisch nicht sinnvoll. Und haben irgendwann gesagt, solche Dinge machen wir einfach nicht mehr, weil wir einfach das Beste für das Tier wollen. Der Firmengründer erwartet ein Unternehmenswachstum in den nächsten Jahren, vor allem durch Produktinnovationen. Neuster Trend, eine Outdoor-Marke für Hunde. Sitzkissen, die nicht nass werden und Leinen extra zum Wandern. Bereits Mitte der 90er Jahre hat der 51-Jährige viel mit Eigenmarken experimentiert. Aber Töller ist noch wegen einer anderen Sache bekannt. Seinem ganz speziellen Auswahlverfahren für neue Mitarbeiter. Wer fachlich geeignet ist, bekommt noch lange nicht den Job. Drei Tage beobachtet der Selfmade-Milliardär den Bewerber. Töller sitzt dann auf dem ominösen Beifahrersitz. Warum? Wenn ich mir dann für wichtige Positionen Leute ansehe, dann muss ich, ich sag mal, die mir auch mal nicht in einer Stunde im Büro, in einer Interviewsituation an die Brust holen. Dann muss ich mit denen in der Tat mal Auto fahren. Weil beim Autofahren verschellst du dich nicht. Fährt der zügig genug oder fährt der aggressiv oder rücksichtslos? Ich muss wissen, wie lebt der zu Hause. Das heißt, ich muss mir angucken, wo wohnt der. Wie ich auch mit denen einkaufe und den Fressnapf. Und dann merke ich, wie die sind. Ob die freundlich zu den Mitarbeitern sind, ob die zuvorkommend sind. Und das ist mir eben besonders wichtig. Der Chef begleitet die neuen Kandidaten in den Markt und zu Gesprächen mit Händlern. Privates Abendessen im Haus der Bewerber inklusive. Ob das Essen schmeckt, ist nicht entscheidend. Der Firmengründer will kein aufgesetztes Lächeln und keine starren Denkmuster, sondern kreative, motivierte Mitarbeiter. Wer Franchise-Partner werden will, muss nachweisen, dass er Ahnung von der Geschäftsführung hat. Wie sie dann die Filialen führen, entscheiden die Marktleiter größtenteils selbst. Aber der offene Umgang mit Kunden wird vom großen Konzern vorausgesetzt. Es scheint, als machen die Krefelder vieles richtig. Aber verwundert es nicht, dass die Menschen für ihre Haustiere so viel Geld ausgeben? Das Tier, was in der Familie ist, wird wie so ein Kind behandelt. Es ist also ein festes Familienmitglied. Und diejenigen, die für sich was Gutes tun, machen das natürlich für ihre Kinder und für die Tiere in dem Fall auch. Wir haben gute Produkte und die werden halt angenommen. Krisensicher sei die Branche, sagen Experten. Steigende Gewinne gibt es weiterhin, obwohl die Zahl der Tiere nicht mehr wächst. Vielmehr liegt es am geänderten Kaufverhalten der Deutschen. Da darf es auch mal mehr kosten für die tierischen Freunde. Und vielleicht kann Thorsten Töller in Zukunft richtig entspannt über eine Hundewiese spazieren.